Hallihallo ihr lieben Kinder ich freue mich dass ihr wieder dabei seid beim Kinderturnen heute und ich bin die Nina und heute machen wir so ein bisschen Koordination und ein bisschen Balance Übungen. Jetzt frag mal Mama oder Papa oder geh selber ins Bad und hol dir zwei kleinere Handtücher und wenn du die Handtücher hast, faltest du die einmal bis zur Hälfte und dann faltest du sie einfach noch mal. Schau mal, dann legst du sie einmal so vor dich hin und das andere Handtuch da machst du genau das gleiche du kannst auch kurz Stopp machen bis du das schön dir hingerichtet hast und dann legst du das einfach überkreuzt hin so ein schönes großes Kreuz oder ein Plus wenn du schon in der Schule bist das weißt ja schon was ein Plus ist. Okay jetzt gehen wir mal in die hinteren zwei Felder rein und jetzt gehst du mal ganz locker in das vordere Feld und in das hintere du läufst immer mit einem Fuß vorne und nach hinten über das mittlere Handtuch läufst du immer schön drüber und rechts und links und Achtung dann bleiben wir mal hinten und jetzt gehst du mit dem anderen Bein nach vorne andere Seite und du kannst natürlich auch größere Schritte machen kannst die Beine so ein bisschen nach oben ziehen. Probier es mal. Die Mamas und Papas oder Omas und Opas dürfen natürlich auch mitmachen wenn sie Lust haben und jetzt liebe Kinder wird es ein bisschen kompliziert. Wir bleiben hinten jetzt gehst du mit deinem rechten Bein nach vorne vier Mal. Wir gehen 1, 2, 3, 4 und jetzt mit dem anderen Bein und 1 kannst ruhig mitzählen 2 und 3 und 4 und wir bleiben hinten Achtung wir gehen mit dem rechten Fuß wir tippen nach vorne wir kommen zurück und tippen mit dem linken Fuß und ein bisschen schneller komm tipp 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 immer mit einer Zehenspitze und jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig jetzt nimmst du deine Arme mal zur Seite und immer deinen entgegengesetzten Arm nimmst du jetzt nach vorne schau mal vor zurück vor zurück und es ist gleich so einfach und vor zurück immer der entgegengesetzte Arm wir tippen und tippen und tippen schaffst du es auch ein bisschen schneller probieren wir es mal komm und tipp 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 juhu sehr gut und du hast es gleich geschafft und wir treffen uns wieder hinten auf den zwei Federn sehr gut jetzt geht mit deinem linken Bein gehst du schräg nach vorne guck mal drehst deine Füße mal nach außen und und wieder nach innen dann nimmst du den hinteren Arm schon mal mit du öffnest dich als würdest du eine Tür aufmachen und wir schließen die Türe wieder wir öffnen die Türe und wir schließen die Türe wieder hallo hallo und wieder schließen guck mal wem du hallo sagst vielleicht kommt gerade jemand zu Besuch eine Freundin oder ein Freund und wir öffnen die Türe und dann sagen wir wieder tschüss und ein letztes Mal öffnen und locker lassen dann kommst du zurück und dann lässt du einfach dich mal nach unten hängen und versuchst mal mit deinen Händen zu dem Handtuch zu kommen schau mal und dann gehst du wenn du schaffst mit den Händen auf den Boden zu kommen mit deinen Händen nach außen und wieder nach innen probier es nochmal nach außen und wieder nach innen und dann kommen wir langsam nach oben und jetzt öffnen wir wieder die Tür anderer Fuß geht ins andere Feld wir nehmen die Hand und drehen den Fuß auf wir öffnen die Türe und wir schließen die Türe hallo ha und wieder tschüss Hallöchen und wieder tschüss überleg dir mal wen du so alles rein lässt zu deiner Party und öffnen und wieder schließen und denk dran deine Hand und deinen Fuß schau mal den nimmst du gleichzeitig mit und das ist nämlich das Schwierige und dann öffnen wir nochmal für vier Freunde die wir noch einladen und Hallöchen noch drei Stück und noch zwei kommen und ein letzter und dann sagen wir tschüss machen die Türe zu und gehen wieder zurück so jetzt schau mal jetzt nimmst du dein Handtuch und klappst es mal einmal so und einmal so und das hintere Handtuch machst du so und und so jetzt hast du wie so ein kleines Häufchen vor dir und jetzt liebe Kinder steigt ihr mal auf das Handtuch drauf ok wenn ihr könnt dürft ihr auch die Füße sogar noch ein bisschen enger nehmen oh dann wird es wackelig und dann versuchen wir jetzt mal uns ganz klein zu machen ein bisschen tief zu gehen und dann merkst du es ist so ein bisschen wackelig und dann kommen wir wieder hoch und wir strecken uns aus und wir machen uns wieder ganz 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 klein und wir strecken uns wieder aus und jetzt versuch mal mit zu atmen durch den Mund aus mach dich lang atme ein atme aus mach dich ganz klein und mach dich nochmal lang ein letztes Mal gehst du richtig tief und du kommst wieder hoch zum Schluss jetzt wird es noch einmal kurz ganz schwierig schau mal nimm deinen einen Fuß an die Stelle wo am meisten Handtuch ist und jetzt stellst du dich drauf und jetzt schau mal schaffst du es dein Bein anzuheben ohne dass du runterfällst stell dir vor du bist wie auf einem großen See und es darf kein Fuß ins Wasser kommen ok versuch mal die Arme zur Seite zu nehmen und wir halten das mal für 10 Sekunden wir zählen mal zusammen los geht's 1 2 3 4 5 merkst du es 6 7 8 sehr gut machst du das 9 und wir lassen sie locker kurz ein bisschen ausschütteln ein bisschen locker einmal durchs Wohnzimmer springen oder durchs Kinderzimmer und dann machen wir die andere Seite mal gucken welches Bein für dich besser ist bist du bereit? und wir versuchen wieder zu stehen balancieren so ein bisschen und wir zählen wieder gemeinsam los geht's 1 2 3 4 5 komm das schaffst du 6 7 8 9 und 10 super du darfst nach unten schüttelst die Beine mal aus ganz locker schüttel die Arme aus und schüttel dich mal komplett aus und dann haben wir es für heute schon wieder geschafft und dann atmen wir nochmal ein und wir atmen aus und nochmal ein und aus ihr lieben ich freue mich dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag oder morgen oder Abend wann ihr auch immer das Video gemacht habt macht's gut tschüss und dann geht's und dann ist jetzt